Die AfD möchte das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst abschaffen. Ehrlicherweise, mit innerer Sicherheit hat das nichts zu tun. Und wenn Sie sich mal überleben, ich kann gut verstehen, dass Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz abschaffen wollen. Die sollten Sie nämlich untersuchen. Rechtsradikale braucht in diesem Land niemand. Herr Kollege Kahrs, zunächst einmal richtig liebevoll ermahnende Worte an Vertreter der AfD-Fraktion. Haben Sie noch alle, ist kein parlamentarischer Ausdruck, wenn man einen Redner klassifiziert. Wer immer sich angesprochen fühlt, kann sich dazu Wort melden. Ich habe Wortmeldungen aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege Kahrs, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Gut.